Ja, das fängt doch gut mit Ihnen an. Herr Direktor, ich hatte gedacht... Sie sollen aber nicht denken. Schön, da will ich es mir abgewöhnen. Ich hatte nur gedacht, weil Axtmacher ein so gediegenes Hotel ist... Er denkt ja schon wieder. Ja, und dann hatte ich mir eben gedacht, wenn da lauter so feine Herren wie die Herren Professoren... Er denkt ja immer noch. Verzeihung, ich... Nun schweigen Sie mal stille. Ich möchte nichts gegen den Gasthof Axtmacher gesagt haben. Aber das ist kein Aufenthalt für Sie. Erstens mal ist das für Sie viel zu cross spielen. Und zweitens, was macht das für einen Eindruck? Der Schüler einer höheren Lehranstalt kann doch nicht in einem Wirtshaus wohnen. Daran habe ich nicht gedacht. Sie sollen aber denken, dafür sind Sie ein gebildeter Mensch oder wollen es wenigstens werden.